Moin! Moin! Wir haben vor ein paar Wochen auf Facebook einen tollen Sperrmüllcontainer verlost. Und den hat Nicole aus Motorn gewonnen. Und zu dir kommen wir uns jetzt auf den Weg gekommen. Aber nicht in dem auf 2. Los besser! Auf geht's! So, das Ganze bezahlen wir natürlich mit unserer Augustin Spendet-Card. Für jeden Mitarbeiter. So. So, moin! Wir sind jetzt gerade in Nordholt angekommen bei Nicole, unsere Gewinnerin von unserer Facebook-Verlosung. Und wir haben ja nach dem rumpeligsten Dachboden in der Region gefragt, Nicole hat uns ein Foto geschickt und wir fanden, hier muss dringend ein Sperrmüllcontainer hin. Passend dazu ist das ganze Kiste Pils, Arbeitshandschuhe und Lukas Augustin hat sich's nicht den Lasten und den Container hier gerade gesetzt und beigebracht. Alles okay. So, bis Siegier. Vielen Dank! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! So, jetzt gucken wir uns unseren Gewinner-Dachboden natürlich auch noch mal kurz an. Alles erledigt, die Arbeit kann beginnen. Ja, da haben wir fleißig zu tun, dies Wochenende. So, tschüßen Motoren! Hier kann man, kann man übrigens sehr schön sehen, hier die Kamera hier für den toten Winkel. Das ist ja echt ein super Feature für mehr Sicherheit auf den Straßen hier. Bitte so. So, habt nach Hause, wir sehen uns gleich im Meppen wieder. Dtohtal nicht mehr als die Kamera, die Kamera hier wird jetzt schön. Die Kamera, die Kamera, die Kamera, die Kamera, die Kamera oder die Kamera, die Kamera auswählen wird, Jetzt kommen die Kamera. So, jetzt kommen die Kamera, die Kamera-Dachboden der Kamera, die Kamera? Vielen Dank.